Fazit zum Spiel? Ja, ich finde, dass meine Mannschaft über 60 Minuten ein herausragendes Spiel heute geleistet hat. Wir waren sehr konsequent in der Abwehr, hatten mit Niki Roth eine sichere Torhüttlerin drin. Wir hatten etliche geblockte Bälle, die uns dann zum schnellen Spiel gebracht haben. Ich wollte keine Sekunde aufgeben, weil wir gedacht haben, mit dem kleinen Kader wird Oldenburg hinten raus Probleme kriegen. Das war dann letztendlich auch so. Wir haben auch das 7 gegen 6, finde ich, sehr, sehr schön gelöst. Ich freue mich auch für Laura, dass sie so gut den Einstattern gemacht hat, selber zwei Tore erzielt hat. Ich bin einfach glücklich über die Art und Weise, wie unsere Mannschaft heute agiert hat und bin auch mit diesem Ergebnis mehr als zufrieden. Danke.